In Russland sitzt ein Typ, der ist im Zarenbarn Benimmt sich wie die Axt im Wald seit 22 Jahren Dieser Kriegsverbrecher will die Ukraine liquidieren Und der Besten ist so doof, ihm das zu finanzieren Immer neue, saftige Sanktionen, doch die wirken grad noch nicht so stark Denn für sein Gas zahlen wir hunderte Millionen und das jeden Tag Ga, Ga, Gasputin, die Heizung läuft nicht ohne ihn Ohne sein Gas geht die Wirtschaft am Stock Ga, Ga, Gasputin führt Krieg und wir bezahlen ihn Das haben wir uns selbst eingebrockt Der Rubel, der muss rollen, hat sich der Gasbromie gedacht Warum haben wir uns bloß so abhängig gemacht Ga, Ga, Gasputin, die Heizung läuft nicht ohne ihn An dem haben wir uns die Puten verbrannt Ga, Ga, Gasputin, besser wär es ohne ihn Er fährt den Laden komplett an die Wand Ga, 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 Gasputin, besser wär es ohne ihn Er fährt den Laden komplett an die Wand Ga, Ga, Gasputin, besser wär es ohne ihn Bis zum nächsten Mal Ach, Ga, 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 Gasputin, besser wärs ohne ihn Vielen Dank.